Musik Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zu The Stomping Land Ja, äh, wir hatten in der letzten Folge so ein paar Probleme und so weiter und so fort Und wie gesagt, oh Gott, was ist denn da hinten? Ah, das ist so eine Rambodino, okay Äh, ja Ich werde jetzt, äh, wieder ein paar Folgen im Voraus aufnehmen Das habe ich auch mit den anderen gemacht Ähm, das Ding ist einfach, was ich scheiße finde Sobald ich den Server lefte, dann ist alles weg So, ich habe jetzt drei Warte mal, ich mache jetzt mir ein Tippie Oh fuck Fuck Pull Da hinten kommt was auf mich zu Oh, nein, 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 nein Mann, 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 Mann Das ist ja hier Ja, ja Das, da muss man echt hier auf alles achten Es gibt noch einiges, was wir noch nicht gemacht haben Zum Beispiel Hat mir, äh, jemand geschrieben, dass es an einem Strand noch eine Höhle gibt Die will ich unbedingt noch entdecken Die habe ich noch gar nicht entdeckt Oh fuck Da gammelt auch was rum Da gammelt auch was rum Nee, 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 du, nicht mit mir Ich werde mir jetzt auf jeden Fall ein, äh, Tippie noch machen What Warte Oh Oh nein Und danke für den Tipp, dass ich mich hinlegen soll Fuck, Mann Kann er sich nicht verpissen? Der seht mich nicht, ne Oh, da sind zwei Oh, nichts mehr weg hier Uh Okay Wir brauchen erstmal einen Fels Einen Felsen Und ein bisschen mehr Holz Och fuck, Mann, ich bin umzingelt Gott, Gott, Gott So viele Dinos Das gibt's doch nicht, ne Das ist doch, äh, ja Der Wahnsinn Und ihr meintet in der Mitte In der Mitte Der Insel Gibt es T-Rexe Die will ich auch auf jeden Fall noch kennenlernen Ein bisschen, äh, sehen Was die so drauf haben Aber naja Ich kann auch übrigens einen Stamm gründen und so Also ich guck mal Ob ich ein paar Kollegen finde Die das Spiel auch haben Dann werde ich mit denen im Multiplayer das Spiel Ich weiß nicht, äh, extrem verzockt hier Der hat gemeint, er holt es sich Ja Es haben sich auch noch einige beklagt Oh, das Spiel ist das Alpha Und es ist so teuer Und ja Ja, es ist halt so Mein Gott Aber ich find's geil Also Ja, also Ja, ich hab's mir halt geholt Weil ich Spaß damit habe Und weil es einfach gut aussah Hab geguckt Und das Geld lohnt sich Also wenn es noch weiterentwickelt wird Das Spiel Ich hoff's ja so dermaßen, ne Wenn es nicht weiterentwickelt wird Dann will ich mein Geld zurück Ich hab's ja geholt Torch, Shield, Fire Pit Okay, nee Ich will mir irgendwo dann Tipi machen Hier am Fluss Es wäre geil, wenn man Boote machen könnte Ja, ja So Äh, ja Jetzt darf ich jetzt mal dahinlaufen Nee Komm, das machen wir nicht Dann machen wir es doch einfach so Oh, nee Tipi geht noch nicht Wir pullen das ein bisschen nach hier vorne So Und jetzt bauen wir hier ab Los Mein Freund Ach ja, jemand meinte Das sieht nicht aus wie ein Steinzeitmensch Sondern wie ein Indianer Naja Für mich ist es jetzt eher weniger ein Indianer Aber Ja Ne Ich hoffe, du verstehst, was ich meine Also ich lese sehr gerne eure Kommentare By the way Ein Speer könnte ich machen Ich könnte so viel machen Aber ich will jetzt erst das Tipi machen können So Äh Holz Kann ich jetzt ein Tipi? Nee, kann ich nicht Ich brauch noch mehr Fuck Ich hab an Auf der anderen Seite von Buildshear Ah, da Tipi Gut Dann suchen wir uns jetzt einen Geeigneten Platz für ein Tipi Wie wäre es denn Kann ich das da drüber ziehen? Dann machen wir da unten eins am Strand Geht das? Oh nice Nein Meine Kiste ist da stehen geblieben Och nö Oh, was soll das? Pull Komm, beweg dich Kiste Kiste Das finde ich jetzt nicht korrekt Pull Dann pullen wir dich da lang Komm mit Ja gut, hier lang geht's Oh, da ist ein Ankylosaurus Och nee, ne? Hehe Wie wäre es, wenn ich hier mein Zelt aufbaue? Da Oh, genau hier So, Tipi Oh ja, in diese Richtung Das ist gut Das finde ich nicht schlecht, ne? So Haben wir hier wieder Unser Tipi Und jetzt Damit Ähm Das Ganze Ich gründe jetzt einen Stamm Äh So brauche ich Zwei Steine So Zwei Steine Fuck Wo ist jetzt der Stein hin? Fuck you Ich will den Stein aussammeln Ach komm Dann bleibt der da halt liegen So Äh, legen wir den da dazu So Pull Dann ziehen wir dich da hinten zu dem Baum Jetzt brauche ich Acht Holz Um ein Totem zu machen Ich habe nämlich das Wiki auf Auf der anderen Seite Ich glaube, ich habe das schon gesagt Auf dem zweiten Bildschirm Und Äh Mit Acht Holz Und zwei Stones Kann ich Ein Totem machen Und das würde ich jetzt echt gerne mal machen So Und so Woo So Ich weiß jetzt nicht, wie viel da drin ist Fuck Egal Es ist auf jeden Fall noch nicht komplett Das weiß ich Das glaube ich zumindest So Wie viel haben wir denn jetzt? Sieben noch eins Gut So Ähm Dann pull Dann werde ich noch ein bisschen weiter Hierher Komm her So Da Okay Und dann machen wir ein Totem Och Nice Woo Wie geil Okay Leute Wir haben ein Totem Da lädt die Textur noch Sehr schön Was kann ich damit? Inspect My tribe What? Wie kann ich Äh This is my tribe Quote A tribe leader Basti zockt Okay Äh Sehr geils Na sehr geils Sehr geil Meint natürlich Wie kann ich den Namen da ändern? Das wäre geil Oh fuck Das wäre schön Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Stamm gegründet Und jetzt machen wir uns erstmal noch einen Bogen Dass wir gerüstet sind So Wir haben ein Totem Das freut mich Mega mäßig So Einen Bogen Das muss einfach sein Weil ich will Ungerne Ja Auf Verteidigung verzichten So Gut Das gefällt Oh da hinten Ja ja Bolas Shield Torch Ich will aber einen Bogen Mann 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 So Sehr schön Und Bolas Firepit Eine Firepit Könnten wir machen Komm dann machen wir das nämlich zuerst Dann pullen wir das in Diese Richtung hier Und machen hier eine Firepit So Firepit Und dann kommt der Bogen Weil wir müssen uns auch ums Essen kümmern Das ist ja logisch Ne So Gut Die haben wir Jetzt fehlt aber tatsächlich der Bogen Ich weiß nicht mehr wie man den Bogen macht Was ich da alles brauche Ich Tappe mal Ne ich tappe jetzt nicht raus Weil sonst unterbricht es die Aufnahme Und das Werd ich gar nicht Ne Fahrt man Wie macht man nochmal einen Bogen Äh So Und abbauen Und zack Und zack Wer weiß Vielleicht habe ich ja schon einen Bogen Ne Habe ich nicht Schade Pull Zum Baum Da hinten der Ankylosaurus Oh 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 Da ist so Da ist so Oh Der Jesus Christusaurus Oh mein Gott Oh mein Gott So Die Geräusche machen mir Angst Da ist noch einer Fuck man Ich will einen Bogen Dann bin ich wenigstens geschützt Oh fuck Ne geht immer noch nicht Mensch Was brauche ich denn alles für ein Da haben wir es doch Einen Bogen Währenddessen trinke ich etwas Mh Ah So Sehr schön Dann haben wir jetzt einen Bogen Jetzt wäre es gut Wenn wir ein bisschen Nahrung Uns organisiert kriegen Wo sind denn die Dinos jetzt hin Die waren doch hier noch Die waren hier doch irgendwo noch Nur fragt sich wo Hm Da hinten ist einer Äh Ich bin relativ sicher Von hier und da ist keiner Ähm Zack Hab ich ihn Fuck Jetzt rennt er weg Schüsser Kommt er zurück Wo ist er hin Hallo Na gut Jetzt steht er da hinten Fuck Ja Ich hab ihn getroffen Oh wie geil Aber wie geil Nice Wuh Richtig guter Schuss Gut Basti Kann ich den Pfeiler Oh Kann ich die Pfeiler da aufheben Ich glaub Hab ich den jetzt aufgehoben Ich weiß es nicht So Oh fuck Ich hab was gehört Was ich wahrscheinlich Nicht hören sollte Was ich schade finde Ist dass man die Nahrung Hier Nicht in die Futterbox machen kann Also Nicht in die Futterbox In die Resourcebox Also da Wo man auch Steine Und Holz reinlegt Das fände ich cool Wenn es auch noch ginge Aber naja Schau mal erst mal Hier was Der Ankylosaurus Da hinten Der bereitet mir schon Irgendwie so ein bisschen Sorgen Na Oh Gott Aber ich muss sagen Ich hab mir hier Ein schönes Plätzchen Ausgesucht Das gefällt mir Irgendwie Und jetzt stellt euch mal vor Wenn man da noch Mehr Leute Auf dem Server hätte Könnt man hier so einen Richtigen Stamm bauen Mit denen zusammen Jagen gehen Und so weiter Und so fort Jetzt können wir das hier mal Start Feuer Dann brennt das hier ganz toll So Und ja Hoffen wir dass das nicht verkohlt Jo Sehr schön Ein Totem haben wir Das will ich dann auch mal Noch ein bisschen austesten Die anderen Crafting Rezepte Och man Dieses Geräusch Das macht mir schon Angst So So Wer dann braucht denn das Ja Lassen wir mal hier kugeln So Machen wir uns wieder fleißig Ans Hacken Und jetzt crafte ich Bolas Das sind die Dinger zum Werfen Da habt ihr mir auch ganz toll geholfen In den Kommentaren Danke nochmal dafür So Zack Und zack So Ist es jetzt fertig Ah Eats Wir essen das jetzt Und unser Hunger ist Wir machen Stop Fire Ja Ich bin richtig stolz auf das Was wir erreicht haben In der kurzen Zeit jetzt So Bolas Jetzt bin ich echt mal gespannt Was ich mit dem Bolas So machen kann So was sagt mir eigentlich Meine Expertise So Arrows Bolas Machen wir jetzt Huh Guck mal wie ich aussehe Oh Ziemlich sexy Ne So Okay Jetzt fragt sich nur Wie die Bolas funktionieren Das testen wir jetzt aus Wie funktionieren die Bolas So Da muss ich schnell sein Kann ich den damit fangen Hör halt Oh fuck Verfehlt Nicht gut ne Sind die da noch irgendwo Liegen die da rum Ah ne Fuck man Das muss ich noch üben Fuck ne Jetzt ist er wieder weg Den holen wir uns Leute Den holen wir uns Der kommt nichts ungeschoren davon Wo ist der Da Wow fuck Oh Das war richtig knapp Wow Habt ihr das gesehen Wie knapp das war So dann schnappen wir uns da wieder das Fleisch Und laufen damit zurück Mann man man Das Das war aber richtig knapp hier Äh Wir könnten auch mal probieren Den Ankylosaurus Hier irgendwie zu Ja Ihr wisst was ich mein Puh Spannend Spannend Und ich will endlich mal Die Langhälse treffen Das wäre auch richtig toll So richtig große Dinos Oh nice Und die Bolas Das müssen wir noch üben Mit den Bolas So Und ich würde es so gerne Das glaubt ihr mir gar nicht Einen Dino reiten Das wäre für mich so geil So Äh Gehen wir mal hin Warte So Und probieren mal den irgendwie zu töten Oh Warte mal Ich muss mir wieder was craften Okay Ich hoffe den irgendwie töten zu können Das wäre schon geil Hops Woodstone Jetzt brauche ich nochmal Wood Äh Rope Damit kann ich ein Seil machen Aber ich weiß nicht für was So Ich mache lieber die Pfeile hier Und jetzt probieren wir den nochmal zu töten Auf geht's Let's go Ähm War der drüber Komm schon Wie viel Leben hat denn der Schade Irgendwie hätte ich den schon gerne erlegt Naja Bis dann Wenn es euch gefallen hat Bewertet Und Schreibt in die Kommentare Haut rein Morgen um 21 Uhr Geht's Weiter Bis demnächst Tschüss